Israel steht unter Schock und alle sind nervös. Der unerwartete und brutale Angriff der Hamas hat einen Krieg ausgelöst und das ganze Land in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Nachdem die israelischen Streitkräfte IDF die Zivilbevölkerung des nördlichen Gaza-Streifens aufgefordert haben, sich in den Süden in Sicherheit zu begeben und einer massiven Offensivkampagne der israelischen Luftwaffe zur Vorbereitung der Bodeninvasion, haben die IDF-Truppen mittlerweile weite Teile des Nordens besetzt. Sie konnten dabei zahlreiche Stützpunkte der Hamas unter anderem in und unter zivilen Einrichtungen wie z.B. Krankenhäusern ausheben und viele Terroristen eliminieren. Gaza-Stadt wurde vollständig umzingelt, die Küstenenklave in eine Nord- und Südhälfte geteilt. Bei den Kämpfen sind auf beiden Seiten zahlreiche Opfer zu beklagen. Und obwohl Israel hart gegen die Terrorinfrastruktur der Hamas vorgeht, indem es Tunnelanlagen und Gebäude mit Hamas-Stellungen zerstört, gelingt es der Terrorgruppe nach wie vor und immer wieder Raketen auf Israel abzufeuern. Ein wirkliches Ende des Konflikts ist nicht in Sicht. Trotz der Mobilisierung, einer beeindruckenden Streitmacht und der Überlegenheit in der Luft- und Feuerkraft, steht Israel dabei vor der Herausforderung, ihn schnell zu beenden, um weitere zivile Opfer und internationale Kritik sowie die Belastung seiner Soldaten zu minimieren. Wir reden über ein Militär, das etwa 170 reguläre Soldaten hat, aber gleichzeitig eine der größten Reservekapazitäten der Welt. Derzeit sind rund 360.000 Reservisten mobilisiert und bereit, an der Seite der professionellen Streitkräfte zu kämpfen. Und bei Bedarf können fast eine halbe Million Reservisten eingesetzt werden. Wir sprechen von normalen Bürgern, die in Israel verpflichtet sind, den Wehrdienst abzuleisten und eine jährliche militärische Ausbildung zu absolvieren. Sowohl Männer als auch Frauen, obwohl es für Frauen mehr Ausnahmen gibt. Alles in allem haben sich die israelischen Verteidigungskräfte den Ruf erarbeitet, eine der besten Armeen der Welt zu sein. Laut der eigenen Militärdoktrin stellt es keine Option dar, einen Krieg zu verlieren. Das pure Überleben des kleinen hebräischen Staates, der von Milizen und feindlichen Ländern und Staaten umgeben ist, hängt historisch gesehen davon ab, dass seine Misserfolgsquote gleich Null ist. Aber seit der Gründung des modernen Staates Israel im Jahr 1948 haben sich die internen und externen Bedrohungen, denen er ausgesetzt ist, bis heute stark verändert. Und mit ihnen haben sich auch die israelischen Streitkräfte verändert. Wir haben schon vor Jahren ein sehr beliebtes Video gedreht, in dem wir die fundamentalen Elemente der israelischen Militärmacht herausgearbeitet haben. Es war übrigens eines unserer ersten Videos und es war das erste, das überhaupt viral gegangen ist. Ich werde es euch natürlich verlinken, denn alles dort Gesagte stimmt natürlich nach wie vor. Aber wie sieht es in den israelischen Verteidigungsstreitkräften heute wirklich aus? Wie haben sie sich verändert und an die verschiedenen Gegner angepasst? Und sind sie wirklich auf das vorbereitet, was vor ihnen liegt? Schließlich hat die brutale Invasion der Hamas am 7. Oktober zahlreiche schockierende Defizite in der Verteidigungsbereitschaft Israels offengelegt. Und diese Defizite haben bisher über 1200 unschuldige Menschen das Leben gekostet. Heute werden wir daher versuchen, die brennende Frage zu beantworten, ob Israel tatsächlich oder nur bedingt abwehrbereit ist. Hört euch vorher aber bitte noch das besondere Black Friday-Angebot unseres treuen Sponsors Surfshark an, denn solltet ihr noch kein VPN haben, ist dies nun die einmalige Gelegenheit, es so günstig wie noch nie zu bekommen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass viele Firmen wie zum Beispiel Airlines ganz unterschiedliche Preise anbieten können, je nachdem, von welchem Land aus man bestellt bzw. ein Ticket bucht? Aber zum Glück kann man solche Diskriminierungsversuche mit Hilfe eines VPNs überlisten und dann richtig Geld sparen. Und Surfshark, VPN ist ein wirklich empfehlenswertes und sicheres VPN, welches zum Beispiel keinerlei Verbindungsdaten mitloggt. Ein Virtual Private Network, kurz VPN, ist aber nicht nur zum Geld sparen geeignet, denn es kann einen auch vor so mancher größeren Gefahr schützen, die im Netz lauert. Natürlich muss man nach wie vor Umsicht walten lassen und wissen, was man tut. Aber es stellt hierfür ein Werkzeug mit gleich mehreren Vorteilen dar. Zum einen erschwert es in Kombination mit anderen Vorkehrungen, eure Aktionen im Netz nachzuverfolgen und abzuhören. Mit Hilfe verschiedener Sicherheitsfeatures könnt ihr so eure Anonymität im Netz erhöhen, zum Beispiel mit dem integrierten Clean Web, das alle unermünschten Cookies und Popups blockt. Weiterer Vorteil eines VPN ist, dass ihr so tun könnt, als wäret ihr an einem anderen Ort. So könnt ihr zum Beispiel auf Websites und Internetdienste zugreifen, denen im Land, den ihr gerade seid, nicht verfügbar wären, ob daheim oder im Urlaub. Damit schlagt ihr Zensur und Geoblocking ein Schnippchen. Netflix und andere Streamingdienste, die ihr Inhalte nur in den USA anbieten, von Europa aus nutzen oder deutsches Internetfernsehen im Ausland gucken, mit Surfshark kein Problem. Und das ist noch lange nicht alles. Denn mit nur einem Surfshark-Konto könnt ihr wirklich alle eure Endgeräte im VPN registrieren. Handys, Notebooks oder sogar euren Smart-TV. So, und wenn ihr den Rabattcode Politik.de angebt, bekommt ihr von Surfshark im Rahmen des Black Friday Special auch noch zusätzliche 6 Monate gratis dazu. Den Link zu diesem Angebot findet ihr in der Beschreibung unter diesem Video. Also nichts wehlos, besorgt euch Surfshark und greift damit auch gleichzeitig uns finanziell unter die Arme. Das könnt ihr übrigens auch direkt mit Hilfe des Spendenlinks, den ich euch ebenfalls in die Beschreibung gepackt habe. Wir sind euch für jede Unterstützung dankbar, denn damit helft ihr uns, euch in Zukunft noch mehr und noch bessere Videos zu liefern. So, und jetzt begeben wir uns auf eine Reise nach Israel, um seine aktuelle Verteidigungsbereitschaft zu inspizieren. Aufgepasst! Die israelischen Verteidigungskräfte, kurz IDF für Israel Defense Forces, wurden offiziell am 31. Mai 1948 gegründet. Etwa zwei Wochen, nachdem der Staat Israel seine Unabhängigkeit erklärt hatte. David Ben-Gurion, der israelische Premierminister, beschloss, praktisch alle jüdischen Streitkräfte und militärischen Gruppen, die während des britischen Mandats über Palästina existierten und die für die Sicherheit der verschiedenen jüdischen Organisationen in dem Gebiet zuständig waren, zusammenzuführen. Wir sprechen hier von Gruppen, wie der Hagan Ali zu dieser Zeit bereits über Kampferfahrung verfügten. Diese Milizen schlossen sich einige Jahre vor der Unabhängigkeit Israels zu einer Allianz zusammen, die als jüdische Widerstandsbewegung bekannt wurde und sich mit den britischen Behörden anlegte. Diese Erfahrung war sehr hilfreich bei der späteren Gründung der IDF, die eine reguläre und organisierte Streitkraft mit Armee, Marine und Luftwaffe sein sollten. Diese Guerillagruppen haben zahlreiche Angriffe von Arabern auf Juden im Mandatsgebiet Palästina erlebt und darüber hinaus sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg an der Seite der britischen Armee gekämpft. Vergesst bitte nicht, dass Großbritannien ab 1920 die Schutzmacht in Palästina war, nachdem es das Osmanische Reich besiegte, das seinerseits die Region Palästina vier Jahrhunderte lang fast ununterbrochen kontrolliert hatte. In diesem Zusammenhang wird davon ausgegangen, dass die ersten jüdischen Streitkräfte der Geschichte innerhalb der britischen Armee gebildet wurden, nämlich die Jewish Legion, die auch im Ersten Weltkrieg kämpfte. Im Zweiten Weltkrieg kämpften dann etwa 40.000 Juden in der britischen Armee gegen die Nazis. Aber wir wollen nicht zu weit vorgreifen. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die Streitkräfte des neu gegründeten Staates Israel ursprünglich aus einer kleinen, hochspezialisierten und gut organisierten Berufsarmee und einer großen Anzahl von nichtprofessionellen Truppen bestehen sollten. Rekruten, die normale Bürger sein würden, aber eine fortgeschrittene militärische Ausbildung hatten. Das heißt, wenn jemand Israel angreift, müssen alle oder fast alle jungen Bürger in der Lage sein zu reagieren. Und das ist mehr oder weniger auch noch heute der Fall. Allerdings hat sich seit 1948 bis heute viel getan. Damals musste sich das neu gegründete Israel aus dem Stand gegen die Invasion von fünf arabischen Nationen wehren. Also, lasst uns doch genau unter die Lupe nehmen, inwieweit sich das Umfeld, in dem sich Israel befindet, seitdem verändert hat. Eine veränderte Bedrohungslage Während der letzten 20 Jahre haben sich die Bedrohungen für den jüdischen Staat dramatisch verändert. Seit der Gründung des Staates Israel und während des größten Teils der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren die Hauptfeinde die eigenen Nachbarstaaten. Das waren logischerweise Staaten mit regulären und professionellen Armeen, besprechend von Ägypten, Jordanien und Syrien und seit 1979 auch vom Iran. In diesem Zusammenhang führte Israel in dieser Zeit mit allen Kriegen oder militärischen Auseinandersetzungen. Mit einigen wie Ägypten und Syrien sogar mehr als einmal. Aber Syrien ist das einzige arabische Land, das sich mit Israel noch immer im Krieg befindet und noch keinen Friedensvertrag unterzeichnet hat. Um Euch eine Vorstellung davon zu geben, Syrien hatte in den Jahren 48, 67, 73 und 82 direkte militärische Auseinandersetzungen mit Israel. In diesem Zusammenhang wurde Syrien zur einzigen großen Bedrohung Israels, abgesehen vielleicht vom Iran, nachdem Israel Friedensverträge mit Jordanien und Ägypten unterzeichnet hatte. Der Punkt ist, dass die israelischen Verteidigungskräfte historisch gesehen für eine konventionelle Kriegsführung ausgebildet und vorbereitet wurden. Diese Ausrichtung änderte sich allerdings im Jahr 2011 radikal. In diesem Jahr brach nämlich der arabische Frühling aus, der in Syrien zu einem Bürgerkrieg führte, der bis heute andauert. Und genau deshalb hat das Al-Assad-Regime nicht nur aufgehört, eine direkte Bedrohung für Israel zu sein. Nein, es kämpft seither um seine eigene Existenz. Die syrischen Streitkräfte sind zerrüttet. Sie haben nicht einmal die Kontrolle über das gesamte Staatsgebiet und zu allem Übel wird die Legitimität des Regimes mehr als in Frage gestellt. Und nicht nur das, wie wir euch bereits in unserem jüngsten Video über die Hamas und die Hezbollah berichtet haben, sind die beiden größten Bedrohungen für Israel inzwischen nicht staatliche militärische Gruppen. Falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet, findet ihr den Link in der Beschreibung. Es geht also vor allem um die Hamas und die Hezbollah, zwei terroristische Gruppen, die vom Iran finanziert, ausgebildet und bewaffnet werden. Wie ihr euch vorstellen könnt, operieren diese Gruppen nicht wie reguläres Militär in einem konventionellen Krieg, sondern wenden asymmetrische Kriegsführung an. Oder anders gesagt, sie agieren vor allem mit Terroranschlägen auf israelischem Boden, Infiltrationen zur Durchführung von Entführungen, Raketenbeschuss oder sogar Cyberkriegsführung und Propaganda-Aktionen. Und all das hat dazu geführt, dass die israelischen Verteidigungskräfte in den letzten Jahren einen enormen Wandel durchlaufen haben. Dies geschah im Wesentlichen im Rahmen zwei großer Pläne, die in diesem Zusammenhang auch die einzigen sind, die abgeschlossen wurden. In diesem Video werden wir über den größten davon sprechen, den sogenannten Gideon-Plan. Ein 5-Jahres-Plan mit einem Volumen von 15 Milliarden Dollar, der den Höhepunkt eines ganzen Prozesses darstellt, mit dem Israel eine viel kleinere, aber gleichzeitig viel tödlichere Armee haben will. Um euch eine Vorstellung zu geben, seit 1985 hat Israel die Zahl seiner Panzer um 75 Prozent und die seiner Kampfflugzeuge um die Hälfte reduziert. Vor allem geht es darum, ein Militär zu haben, das in der Lage ist, Gruppen wie der Hamas und der Hezbollah entgegenzutreten und sie komplett zu besiegen. Und im Moment muss die IDF die Wirksamkeit all dieser Reformen mit der Intervention in Gaza unter Beweis stellen. Aber auf jeden Fall hat dieser ganze Prozess uns von VisualPolitik dazu gebracht, uns ein paar Fragen zu stellen. Worin genau besteht die Umgestaltung der israelischen Verteidigungskräfte? Ist diese Strategie in ihrer Umsetzung wirklich so effektiv, wie sie uns verkauft wird? Könnte Israel in seiner Verteidigungsdoktrin Fehler gemacht haben? All diese Fragen werden wir jetzt klären. Also, hört zu! Wie ein Chamäleon Der Gideon-Plan wurde 2015 aufgelegt und 2016 vom israelischen Regierungskabinett genebigt. Die Idee war, die israelischen Streitkräfte zu verkleinern, zu modernisieren und zu reformieren, angefangen bei der Anzahl der Truppen. Zunächst wurde die Regulärarmee von 45.000 auf 40.000 Mann reduziert, ebenso wie die Zahl der Wehrpflichtigen. Gleichzeitig wurde die Wehrpflicht um vier Monate verkürzt und soll in den nächsten Jahren um weitere zwei Monate reduziert werden, sofern sich aufgrund der aktuellen Umstände nichts ändert. Aber wenn etwas gekürzt wurde, dann sind es vor allem die Reservekräfte, die um 30% reduziert wurden. Oder anders ausgedrückt, es wurden etwa 100.000 Reservisten aus dem Dienst entlassen. Und das werdet Ihr wahrscheinlich sehr seltsam finden. Warum sollten die israelischen Streitkräfte, die den Streitkräften der Nachbarländer zahlenmäßig weit unterliegen sind, kleiner werden wollen? Nun, das liegt vor allem an der Annahme einer neuen Militärdoktrin. Das israelische Militär operiert jetzt in vielen kleineren Gebieten als z.B. im letzten Jahrhundert. Die IDF versuchen nicht mehr Bedrohungen zu befrieden, indem sie ausgediente Gebiete in einem feindlichen Staat besetzen, wie es z.B. zweimal in Ägypten geschehen ist. Das erste Mal 1956 für ein paar Monate und das zweite Mal 1967 nach dem Sechstagekrieg, mit einer Besetzung, die 15 Jahre dauerte. Jetzt geht es darum, jederzeit die operative Kontrolle über sehr begrenzte feindliche Gebiete zu haben. Um nämlich Bedrohungen wie den Abschuss von Raketen oder die Existenz feindlicher Tunnel auf sehr präzise Weise zu beseitigen. Und in diesem Zusammenhang hat Israel 2011, also noch vor dem Gideon-Plan, mit der Umsetzung einer neuen Doktrin begonnen, die auf unabhängigen Kampfbrigaden basiert. Damit können die Brigaden jetzt viel schneller handeln und außerdem direkt mit der Luftwaffe und der Marine kommunizieren, um Unterstützung zu erhalten. Es gibt nicht mehr so viele Zwischenschritte, die Operationen verzögern. Diese Veränderung hat sich natürlich auch auf die Ausbildung, die Bewaffnung und die Prioritäten ausgewirkt, wenn es darum geht, einen Soldaten in eine Einsatzposition zu bringen. Ihr müsst verstehen, dass Infanterie und Panzertruppen heutzutage vor allem für Zweitlinge ausgebildet werden. Den Stadtkampf und die Zerstörung von Tunneln und anderen Befestigungen. Wie wir euch in den letzten Videos berichtet haben, hat die Hamas eine riesige Infrastruktur von unterirdischen Tunneln aufgebaut, mit einer Länge von über 500 Kilometern. Dadurch können sie unterirdisch operieren, sich von einem Teil des Streifens zum anderen bewegen, ohne Gefahr zu laufen, draußen bombardiert zu werden. Und sie lagern dort auch viele Waffen, wie zum Beispiel die berüchtigten Raketen, die sie ständig gegen Israel abfeuern. Und diese Tunnel stellen im Falle eines urbanen Krieges ein echtes Problem dar. Erstens, weil sie viel schwieriger zu zerstören sind als ein gewöhnliches Gebäude. In diesem Zusammenhang hat Israel dafür eine speziell ausgebildete Eliteeinheit geschaffen, die Yahalum-Einheit, die über immer mehr Truppen und Mittel verfügt. Diese Einheit ist auf Infiltration, unterirdischen Nahkampf und Tunnelzerstörung spezialisiert. Dem unterirdischen Kampf Mann gegen Mann versuchen die IDF jedoch nach Möglichkeit aus dem Weg zu gehen. Das Risiko oder Vorteile der Verteidiger sind einfach zu groß. Deswegen versucht man vorher alle möglichen Mittel auszuschöpfen, zum Beispiel Spongebombs oder eben Bombardierung. Aber das Hauptproblem ist, dass all diese Infrastruktur die Hamas zu einer besonders schwer fassbaren Kraft macht. Im Stadtkampf können Hamas-Gerillias und Scharfschützen von einem Gebäude zum anderen ziehen und an einen völlig anderen Ort fliehen, um wie aus dem Nichts aufzutauchen. In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass all diese Hamas-Operationen, Tunneln und unterirdischen Befestigungen den Nutzen der Artillerie stark einschränken. Dabei war die Waffengattung vor allem in den 60er und 70er Jahren für Israel entscheidend. Jetzt aber ist sie im Gegensatz zum Russisch-Ukrainischen Krieg völlig in den Hintergrund getreten. Das Problem mit der Artillerie ist nämlich, dass sie für den Angriff auf große unbewegliche Ziele im offenen Gelände konzipiert ist. Und der Krieg gegen die Hamas in Gaza ist das genaue Gegenteil davon. Außerdem könnte das große Zerstörungsfeld der Artilleriegeschosse das Risiko von Beschuss durch eigene Truppen und von Kollateralschäden an der Zivilbevölkerung erhöhen. Auch deswegen kommt ein massiver Einsatz von Artillerie nicht mehr in Frage. Um dem entgegenzuwirken, hat die IDF ihre Artillerieeinheiten auf spezialisierte Drohneinheiten umgestellt. So verfügt die SIG-Einheit über Hermes 450 und 900 Drohnen aus israelischer Herstellung. Diese sind äußerst vielseitig. Sie können sowohl Aufklärungsaufgaben als auch Aufgaben der elektronischen Kriegsführung übernehmen und mit Hochpräzisionsraketen angreifen. Darüber hinaus gibt es noch eine weitere Einheit, die Skyrider, die sich ausschließlich dem Sammeln von Informationen widmet, damit der Rest der Streitkräfte angemessen operieren kann. Ein großer Teil der Artillerie wird also durch Drohnen ersetzt. Aber das ist erst der Anfang. Das israelische Militär hat begonnen, das Thema Cyberkriegsführung und den Einsatz von Technologie für militärische Anwendungen sehr ernst zu nehmen. Genau aus diesem Grund hat der militärische Geheimdienst Amman damit begonnen, Deep-Learning-Algorithmen einzusetzen, die Millionen und Abermillionen von Daten wie Bildern, Videos, Audios und elektronisches Signal scannen, um potenzielle Ziele zu identifizieren. Diese von den Algorithmen ausgewählten Ziele werden dann von Analysten untersucht, klassifiziert und schließlich für tatsächliche Angriffe bestätigt. Das macht die israelischen Verteidigungskräfte enorm effektiv bei der Ortung und Verstörung ihrer Ziele. Aber wartet, das ist noch nicht alles. Die Einheit, die für Cyberkriegsführung zuständig ist, wurde ebenfalls stark aufgestoppt. Das geht so weit, dass die IDF ihre alte Doktrin aufgegeben hat, nach der jeder Soldat eine Kampfausbildung absolvieren muss. Die IDF rekrutieren jetzt Soldaten, die speziell für die Cyberkriegsführung und nachrichtendienstliche Aufgaben zuständig sind, ohne dass sie Kampfdienst leisten müssen. Kurz gesagt, all diese Reformen haben sich in den letzten Jahren radikal vollzogen. Reformen, denen weder die Luftwaffe noch die Marine entkommen sind. Die Luftwaffe zum Beispiel hat stark an Bedeutung verloren. Auch wenn dies in einer Zeit, in der israelische Kampfflugzeuge zusammen mit drohenden Zielen in Gaza angreifen, widersprüchlich erscheinen mag. Ihr müsst nämlich verstehen, dass Israel es nicht mehr für so wichtig hält, sich um die Luftüberlegenheit zu bemühen, da der Krieg, den es mit der Hamas und der Hisbalah führt, anderer Mittel bedarf. In diesem Zusammenhang hat die israelische Luftwaffe in den letzten Jahren Tarnkappen und Präzisionsangriffs-Fähigkeiten weit über andere wie z.B. Luftkämpfe gestellt. Das kommt daher, dass weder die Hamas, der islamische Dschihad, noch die Hisbalah über eine Luftwaffe verfügen. Und es ist auch nicht damit zu rechnen, dass sich dies in naher Zukunft ändert. Und genau aufgrund dieser Tatsache wurde die Luftwaffe verkleinert, aber technologisch stark verbessert. Vor allem nach der Anschaffung der F-35 im Jahr 2015. Dieses Kampfflugzeug der 5. Generation, das übrigens nicht für Luftkämpfe mit hoher Geschwindigkeit gedacht ist, sondern sehr weit entfernte Ziele erreichen und Luftbodenangriffe auch mit Atomwaffen durchführen kann. Also aufgepasst, Iran! Und natürlich darf in diesem Zusammenhang die Marine nicht fehlen. Seestärke ist für Israel eine Priorität. Das Land funktioniert in der Praxis fast so, als wäre es eine Insel. Mit anderen Worten, 98% der nach Israel importierten Waren kommen auf dem Seeweg über das Mittelmeer. Und mehr als 80% der Bevölkerung lebt entlang der 197 km langen Küste. Außerdem befinden sich die meisten kritischen Infrastrukturen des Landes wie Kraftwerke, der Häfen, Entsalzungsanlagen und sogar Militäreinrichtungen in Küsten nähen. Das Problem? Nun, die israelische Marine war ursprünglich dafür konzeptiert, der ägyptischen auf der einen und der syrischen auf der anderen Seite entgegenzutreten. Aus diesem Grund bestand die israelische Marine aus Zerstörern, großen Schiffen, Raketenwerfern und U-Booten. Im Moment scheint es allerdings eher unwahrscheinlich, dass sich Israel jemals wieder mit professionellen und gut ausgerüsteten Seestreitkräften an einem Seekrieg beteiligen wird. Vor allem, nachdem sich das militärische Schachbrett nach dem Yom Kippur-Krieg verändert hat. Infolgedessen hat Israel seine Zerstörer und die größeren Raketenwerfer durch viele kleinere Patrouillenboote und kleine Raketenwerfer ersetzt. Und viele von euch werden jetzt vielleicht denken, aber ist das alles nicht sehr riskant? Schließt Israel einen konventionellen Krieg in Zukunft wirklich völlig aus? Was wäre, wenn es zum Krieg mit dem Iran kommt, oder wenn sich die Beziehungen zu einem Nachbarland verschlechtern würden? Nun, ihr habt Recht und glaubt nicht, dass viele Dinge, von denen wir euch heute erzählt haben, in Israel nicht auf heftige Kritik gestoßen wären. Sogar innerhalb der Streitkräfte gab es hochrangige Offiziere, die einige dieser Reformen, insbesondere den Gideon-Plan, sehr kritisch gesehen haben. Und das nicht ohne Grund. Zum Beispiel war die israelische Marine 2006 im Krieg gegen die Hispala, der auf libanesischem Boden stattfand, nicht in der Lage, ausreichende Unterstützung zu leisten. Damit ihr eine Vorstellung davon bekommt, worüber wir hier reden. Israel hat jetzt sehr kleine und leichte Schiffe, die ideal für die Bewachung der Küste und gelegentliche Auseinandersetzung mit Booten sind, aber sie verfügen über keinen so starken Raketenschutz. Die Frage, die sich viele stellen, lautet also, könnte es sein, dass Israel sich zu sehr der auf die Hamas und die Hispala konzentriert und die Möglichkeit eines konventionellen Krieges vergessen hat? Wie genau sieht die Verteidigungsstrategie aus, die sie in den letzten Jahren verfolgt haben? Und die wichtigste Frage von allen, funktioniert sie? Nun, lasst es uns herausfinden. Gegen Ende der 2010er Jahre änderte Israel seine militärischen Ziele drastisch. Es strebte nicht mehr die vollständige Vernichtung seiner Gegner an. Vielmehr wird seit Jahren versucht, größere Konfrontationen zu vermeiden und ständige, aber kleine Operationen durchzuführen, die die Bedrohung auf ein für die Israelis akzeptables Gewaltniveau abmildern. Die Idee war also, sich aktiv zu verteidigen, aber gleichzeitig sich zu Hause zu verschanzen. Eine Strategie, die als Selbstbefestigung bekannt ist. Wollt Ihr Beispiele? Sowohl im Gazastreifen als auch im Westjordanland gibt es hunderte von Kilometern befestigter Zäune und dutzende von Kilometern an Mauern. Betonmauern wie die an Teilen der Grenze zum Libanon, die 9 Meter hoch ist, oder in Gaza, die 6 Meter hoch ist. Und die sogenannten Israel-Kritiker werden nicht müde zu betonen, dass diese Zäune und Mauern dazu dienten, die Palästinenser zu isolieren und eine Art Apartheid zu errichten. Nun, die Realität hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern eher mit Israels neuer Sicherheitsdoktrinen. In diesem Zusammenhang können wir feststellen, dass diese Mauern auch stahlverstärkte Barrieren haben. Zusätzlich zu der Mauer, die Ihr an der Oberfläche seht, gibt es rund um Gaza eine unterirdische Mauer, die 65 Kilometer lang und bis zu 30 Meter tief ist. Ja, Ihr habt richtig gehört. 30 Meter tief. Darüber hinaus sind die Landesgrenzen mit Zensoren, Alarmsystemen, Nacktsichtkameras und einer Vielzahl anderer technischer Geräte ausgestattet. Seit 2018 gibt es auch eine Seesperre entlang der Seegrenze des Gazastreifens mit drei Schichten, einen Wellenbrecher, Felsen mit Stacheldraht und jede Menge Sensoren und Detektoren aller Art. Und das alles gibt uns einen Hinweis darauf, wohin die Reise geht. All diese realen Befestigungen des 21. Jahrhunderts dienen nicht dazu, die Palästinenser zu isolieren, sondern eher umgekehrt, um die Israelis von Terroristen zu isolieren. In diesem Zusammenhang soll die außergewöhnliche Höhe der Betonmauern Angriffe von Scharfschüssen verhindern. Und die unterirdische Mauer soll verhindern, dass die Hamas aus den Gazastreifen eindringt und Angriffe auf Zivilisten verübt oder diese entführt. Etwas, das übrigens schon mehrfach passiert ist. Der Punkt ist, dass all dies auch Teil der neuen Strategie der IDF ist. Aber grundsätzlich glauben viele, dass dies keinen wirklich zukunftsfähigen Weg für Israel darstellt. Vielmehr ist es ein Zeichen von Schwäche. Je mehr Zäune wir an den Grenzen errichteten, desto mehr wurde unsere Sicherheitsdoktrin von Verteidigung und Selbstverteidigung abhängig. Eine Gesellschaft, die mehr und mehr Zäune baut, ist eine Gesellschaft, die in Angst lebt. Es mag logisch erscheinen, dass Befestigungen Stärke vermitteln, aber in Wahrheit ist dies nicht der Fall. Wenn überhaupt, dann vermitteln sie Angst. Und angesichts der Ereignisse vom 7. Oktober können wir eindeutig sagen, dass sie ein falsches Gefühl der Sicherheit erzeugt haben. Und dieses falsche Gefühl erklärt dann auch, warum der israelische Geheimdienst ausschloss, dass die Hamas das Land angreifen könnte und warum das Militär der Invasion nicht gewachsen war. Aber wie konnte die Hamas all diese Hindernisse überwinden? Nun, alles, was sie brauchten, waren ein paar Pickups, ein paar Drohnen, ein paar Paraglider mit Motoren und ein plötzlicher Angriff auf die von Israel eingesetzten Zensoren und Technologien. Das Problem ist, dass Israel, wenn wir dies auf die Größe eines Krieges übertragen, den Fehler begehen könnte, sein Militär zu sehr an die asymmetrische Kriegsführung angepasst zu haben. So, dass es auf ein zukünftiges Szenario der konventionellen Kriegsführung schlecht vorbereitet ist. Das ist zumindest die Sorge, die viele Analysten zum Ausdruck bringen. Wer kann ihnen schließlich versichern, dass der Iran sie niemals angreifen wird oder dass einige der Länder, mit denen sie jetzt mehr oder weniger gut auskommen, plötzlich ihre Haltung ändern und wieder feindselig werden könnten? Denn wenn eines klar ist, dann ist es, dass wir im Nahen Osten nie etwas für selbstverständlich halten können. Und das ist die große Frage, die sich viele in den IDF gestellt haben. Eine Frage, die heute angesichts der äußerst angespannten Lage in der Region extrem aktuell geworden ist. Allerdings können wir diese Frage im Moment noch nicht beantworten. Das werden wir in weiteren Videos tun. Und bis dahin gehen wir den Ball erstmal an euch weiter. Was haltet ihr von den Veränderungen, die die israelischen Streitkräfte durchlaufen haben? Denkt ihr, dass sie auf dem richtigen Weg sind? Oder seid ihr im Gegenteil der Meinung, dass eine solche Priorisierung der asymmetrischen Kriegsführung zu einer großen Sicherheitslücke führen könnte? Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und ihr vielleicht etwas dabei gelernt habt. Falls ja, gebt uns bitte ein Like und teilt es auch mit euren Freunden, um es mit ihnen zu diskutieren. Macht's gut und bis bald!